Als Zahnärztin stehe ich jeden Tag vor neuen Herausforderungen, vor allem weil ich mich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert habe. Für die Kleinen ist der Zahnarztbesuch ja meist alles andere als ein Kindergeburtstag. Ich muss Vertrauen schaffen, die Angst nehmen und den Zahnarztbesuch mit vielen positiven Gefühlen aufladen. Und dafür braucht es Verständnis, Geduld und natürlich auch die richtigen Geräte und Instrumente. Ein gutes Beispiel hierfür ist die TK94 mit Licht von der Synea Baureihe von W&H. Für mich als behandelte Zahnärztin ist der größte Vorteil in der Ergonomie und in der Funktionalität, die sich durch die schlanke Bauform ergibt. Die Mikroturbine ist klein, schaut harmlos aus und ist wesentlich vibrationsärmer als herkömmliche Turbine. Kinder sind ja nicht in der Lage, ihren Kiefer so weit zu öffnen wie Erwachsene. Mit dem kleinen Kopf der Mikroturbine wird die Behandlung im Kindermod aber wesentlich einfacher. Die passenden Kurzschaftbohrer reduzieren die Gesamthöhe zusätzlich und dadurch kommt es kaum zu dem unangenehmen Berühren von Nachbarzehen oder Antagonisten, was den Stress für das Kind ebenfalls reduziert. Trotz ihrer geringen Kopfgröße verfügt die Turbine über ausreichend Drehmoment. Dafür sorgen ein optimierter Rotor und der reduzierte Luftausstoß am Kopf. Was ich an der Mikroturbine noch besonders schätze, ist die geringes Gewicht und die Bewegungsfreiheit dank der Roto-Quick-Kupplung. Roto-Quick bedeutet auch, dass die TK94L mit der LED-Plus-Technologie von W&H ausgestattet ist. Wichtig für meine persönliche Entspannung sind auch eine optimale Kühlung mit dem Fünfer-Spray und der Hygienekopf, der das Ansaugen der Aerosole beim Nachlaufen des Rotors verhindert. Übrigens verfügt die TK94L auch über den Anti-Scratch-Blocker von W&H. Alles in allem ist die Mikroturbine von W&H für mich die optimale Turbine in der Kinderzahlenkunde und auch darüber hinaus. Speziell bei unzugänglichen Stellen und wenn Patienten ihren Mund nicht so weit öffnen können, ist sie einfach unschlagbar. Und daher wäre sie auch etwas für deine Oma.